Hi bei MobileCheck und heute mal wieder mit einem Unboxing und Ersteindruck Video. Heute ist zu Gast das OPPO Reno 4 5G, das schon ein paar Tage auf dem Markt ist und mittlerweile 400 bis 500 Euro kostet. Wie das Ganze im Ersteindruck wirkt und was mit dem Lieferumfang enthalten ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also los geht's! Und hier haben wir das Ganze schon in der Verpackung natürlich. Die Verpackung ist, ja, türkis, nicht so wie das Smartphone, denn das ist, soviel ich weiß, bei mir in schwarz, es gibt es noch in anderen Farben. Welche Farben das sind, ja, das könnt ihr dann gerne selber nachschauen. Link ist in der Beschreibung, ihr kennt es. Meine Version hat 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher. Das Ganze hat 5G und ansonsten gibt es nichts Großartiges zu erzählen bei der Verpackung. Deswegen schieben wir das Ganze auf und kommen auch schon langsam zu dem, was sich darin verbirgt. OPPO, alles weiß, alles gut. Und, ja, nicht sofort das Smartphone, sondern zuerst mal, das fühlt sich an wie ein Case und das ist auch ein Case. Wie man es oft bei chinesischen Herstellern sieht, ist auch hier mal wieder ein Case dabei. Ich mache mal den Aufkleber weg. Ihr seht, hier hinten dran ist noch Handbuch und so Zeug halt. Und es ist ein transparentes Silikon Case. Ist, ja, nicht das Schönste, aber trotzdem immer schön, standardmäßig eins dabei zu haben. Denn viele benutzen eine Hülle und müssen sich dann nicht gleich mal eins kaufen, sondern können sich damit Zeit lassen und dann später noch eins dazu kaufen. Dann kommen wir hier zum Smartphone, das ich jetzt versuche, erstmal irgendwie auf die Seite zu legen, ohne dass ich es groß anschaue und anfasse. Das ging jetzt so mittelgut. Und was befindet sich darunter? Darunter haben wir, außer einem Karton in der Smartphone-Optik, haben wir noch einen Charger und zwar ein Super Charger von Oppo. Man kennt sie, beziehungsweise ich kenne sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich einige von euch auch. Diese sind sehr schnell. Ich lese gerade mal nach, wie schnell dieser ist. Ich werde es einblenden, denn ich kann es nicht entziffern. Auf jeden Fall wird er schnell sein und er sieht so aus. Ja, sieht okay aus, aber wen interessiert das groß? Ist halt ein Charger. In diesem Fall ein großer Charger. Dann haben wir noch Kopfhörer in der Optik der AirPods bzw. Earpods. Wie diese sind, mal wieder, keine Ahnung. Und natürlich das obligatorische USB-A auf USB-Typ-C-Kabel. Ja, alles in weiß, alles schlicht. Alles soweit völlig in Ordnung. Und jetzt zum Smartphone selbst. Das haben wir hier. Und mein erster Eindruck ist, von hinten zumindest mal, sieht es doch relativ schick aus. Es ist absolut flach hinten. Die Kamera hat zwei Erhöhungen, wie ich sehe. Ich versuche das gerade mal irgendwie einzufangen. Es hat einmal ein Plateau und auf diesem Plateau sind nochmal drei Linsen, die leicht hervorragen. Erinnert leicht an die Optik des iPhones, nur, dass hier alle Kameras in einer Reihe sind. Die Kameras sind, wenn wir schon dabei sind, einmal 48 Megapixel Weitwinkel, also normale Brennweite. Dann haben wir ein 8 Megapixel-Ultrahead-Sensor. Und dann noch die 2 Megapixel-Makrolinse, die man oft in Mittelklasse-Geräten sieht, weil sie vermutlich in der Herstellung nichts kostet, aber auf dem Datenblatt und auf dem Smartphone eben nach mehr aussieht. Des Weiteren müssten wir hier noch einen Tiefensensor haben, der wahrscheinlich den gleichen Zweck erfüllt, wie auch schon die Makrolinse. Aber ansonsten gefällt mir die Optik der Rückseite doch schon ganz gut. Es fühlt sich auch recht dünn an. Es sind knapp 8 Millimeter. Aber ich muss sagen, so dünn fühlt es sich dann gar nicht an, wie knapp 8 Millimeter. Da hätte ich etwas mehr erwartet bei der Zahl. Ja, was mir gerade auffällt ist, der Rahmen scheint aus Aluminium. Aber ich weiß gar nicht, ob man das draufkriegt. Hinten, so wie vorne, ist um das Glas herum nochmal ein dicker Kunststoffrahmen. Wahrscheinlich soll dieser der Stabilität dienen, aber das Ganze wirkt irgendwie eigenartig. Aber, naja, nun gut. Die Tasten, ja, bieten einen guten Druckpunkt, klicken ganz schön. Hier unten natürlich USB-C und der SIM-Schlitten, sowie der Lautsprecher, der Hauptlautsprecher. Und, ja, ich würde sagen, wir schalten das ganze Gerät mal ein. Ich komme kurz zu den technischen Daten, bevor wir auf das Display kommen. Und zwar haben wir hier ein Snapdragon 765G. Den kennen wir auch schon aus anderen Geräten, wie zum Beispiel aus dem, hier, in Form des Pixel 5. Aber auch zum Beispiel das OnePlus Nord oder anderen. Das ist ein ziemlich guter Mittelklasse-Prozessor, der schon, ja, nahezu Oberklasse eigentlich ist. Und ziemlich akkuschonend ist. Und dennoch eine Leistung bietet, die eigentlich im Alltag gar keine Probleme macht. Zumindest mal bei den Smartphones, die ich kenne, die diesen Prozessor haben. Natürlich kommt es immer darauf an, wie der Hersteller mit der Software damit umgeht. Des Weiteren haben wir hier einen Akku drin mit 4.020 mAh. 8 GB Arbeitsspeicher, ich habe es schon gesagt. 128 GB Internetspeicher. Kamera habe ich auch schon gesagt. Schutzart, also wie wasserdicht es ist, ist IP54. Das heißt, es ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht wasserdicht. Aber bei Regen sollte es keine Probleme machen. Und somit kommen wir jetzt auch schon beim Display an. Es ist ein AMOLED, das ist schon mal gut. Es hat 6,4 Zoll, ist auch in Ordnung. Hat nur 60 Hertz. Das spürt man auch schon, wenn man 90 oder 120 Hertz gewohnt ist. Aber ist kein Beinbruch. Dennoch finde ich es schade, vor allem bei dem Preis von etwa 500 Euro. Genauso wie auch, muss ich schon sagen, der Displayrand unten. Das sieht jetzt nicht mehr allzu zeitgemäß aus. Muss ich leider sagen. Ansonsten, die Frontkamera. Die Aussparung ist für zwei Linsen. Und ist dafür sehr schmal. Wirklich beeindruckend schmal. Da bin ich doch skeptisch, wie die Qualität ist. Denn das ist wirklich, wirklich klein. Also das wundert mich jetzt doch schon. Wenn ich hier mal kurz mein OnePlus, äh, bzw. was sage ich schon, Pixel 5 daneben halte. Dann seht ihr schon, ich versuche das Ganze mal näher zu bringen, wie der Größenunterschied ist. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Was man auch erkennt, ist natürlich der Displayrand unten. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Deswegen, ja, das nenne ich mal einen Unterschied. Aber nun gut, ansonsten wirkt das Display, wenn ich jetzt die Blickwinkel anschaue, nicht schlecht. Ja, mehr kann ich jetzt im ersten Druck nicht sagen. Umhauen tut es mich jetzt nicht. Weder, wie gesagt, von der Optik der Displayränder, noch von der Qualität des Panels. Was ich noch am Abschluss sagen kann, ist, es ist eine Folie vorinstalliert. Ich weiß nicht, ob man das draufkriegt. Auf jeden Fall ist eine Folie vorinstalliert. Und, ja, ich glaube, das reicht auch schon zum Ersteindruck und zum Lieferumfang des OPPO Reno 4. Wenn ihr denn Fragen habt, gerne in die Kommentare. Bis dorthin kann ich sie auch beantworten. Wenn nicht, schaue ich nach, sage es euch und so weiter und so fort. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Bis dahin bei MobileCheck und Tschüss! Bis dahin bei MobileCheck. Bis dahin bei MobileCheck. Bis dahin bei MobileCheck. Bis dahin bei MobileCheck.